einen wunderschönen guten tag und willkommen zurück bei einer weiteren runde aberration es sendet schön dass ihr da seid fleißig fleißig geht es weiter und mit fleißig fleißig geht es weiter meine ich wir bauen uns heute unseren schutz dazu hab ich bock drauf ich nehme jetzt hier noch mal ein bisschen gas bitte stand hier noch mal ein bisschen doof in der gegend rum weil ich mich hochgeheilt hatte und noch mal was erledigt habe wir laufen jetzt nach hause werden unterwegs wahrscheinlich wieder irgendwelche frostbäulen kriegen aber es ist also da oben drauf die fläche die sieht ja geil aus okay ich muss mir ganz kurz umgucken und dann geht es bestimmt nach hause das sieht ja richtig geil aus das muss ich mir kurz angucken auf jeden Fall machen wir tatsächlich einen schutzanzug falls jetzt nicht irgendwas super schreckliches dazwischen kommt da kann ich den wasserfall hoch springen quasi das ist gut hier Mal abgesehen vom Wasserfall-Sound, wäre das ja auch eine schöne Fläche zum Wohnen. Es scheint ja nichts zu leben. Ui. Das wäre eine Wohnfläche. Ist ja geil. Und hier ist nix. Keine Gegner. Obsidian. Hast du noch ein bisschen Öl für mich? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Cool. Okay, die Map ist sehr, äh, also spannend. Das macht mir super viel Spaß, sie zu erforschen. Aber ich bleib bei dem, was ich hier schon ein paar Mal gesagt habe. Ich fühle sie nicht wirklich. Also, ich weiß nicht, wie ich das sagen würde. Ich fühle mich jetzt hier nicht so super wohl. Hab jetzt nicht vor, mich jetzt hier groß niederzulassen, um was, große Projekte zu starten. Aber das Erkunden dieser Map macht einfach so viel Spaß, weil sie so komisch verwinkelt ist. Oh, ich weiß nicht. Das ist geil. Ich hätte gerne noch ein Rockdrink. Ich glaube, das kann ich nochmal als finales, also, sagen wir mal als finales Ziel. Nicht finales Ziel, als Ziel. Egal, wann wir wie enden hier mit dieser Staffel. Auch wenn das in drei Folgen ist, ich weiß es noch nicht. Das kann immer passieren. Mir ist es mir halt wichtig, dass ich dann innerhalb dieser drei Folgen... Oh, die Fläche da oben ist ja noch geiler. Innerhalb dieser drei Folgen ein Rockdrink habe. Das ist so der wichtige Punkt. Jetzt hier haben wir genug Blau gesehen. Also, ich könnte mir natürlich jetzt im Blauen auch nochmal ein Fischchen holen oder auch ein Fräschchen. Damit wir... Ach, der Ankylo. Das ist ja geil. Aber zu laut an ihm gedacht war ja da. Das ist so cool. Wir müssen einfach mal gucken. Ich hoffe, es stört bei euch jetzt nicht so sehr, dass ich jetzt nicht so super vertieft im Spawn bin. Das kann jederzeit passieren, dass ich das doch irgendwann mal tue. Aber ich habe es einfach nicht als Ziel, weil ich gefühlstechnisch nicht so ganz angekommen bin. Aber es macht, wie gesagt, aber saumäßig Spaß, mich umzugucken. Das ist so... Ich glaube, das hat mir noch keine Map gegeben. So viel Spaß am Umgucken. Und die Map, die mir bis jetzt am meisten Spaß gemacht hat, um zu wohnen und zu leben, war... Wie hieß die? Valguero, glaube ich. Die habe ich geliebt. Das war vor der YouTube-Zeit, aber ich habe sie geliebt. So. Ich habe gehört, es gibt heute Schutzanzüge. Hör an. Erstmal. Hazard. Zack. Eins. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Fertig. 65 Rüstung vor allem Ich bin mal gespannt von der Haltbarkeit her Ob sie einfach kaputt geht dadurch, dass ich in diesem Gebiet bin Oder durch Treffer Wenn es durch Treffer ist, habe ich natürlich gewonnen gefühlt Ich habe Schutzanzug Nice Ah, was ist an meiner Anlass gerade nicht in Ordnung So, die ging die letzte Folge gerade nicht drauf Ich hoffe, die ist nicht kaputt gegangen jetzt irgendwie Naja Falls sich diese Folge kaputt ist und sich sie nicht retten konnte Wir haben in der letzten Folge Kristalle gesammelt und Gas So Schutzanzug Gehen wir jetzt runter? Eigentlich bin ich jetzt total neugierig auf die Ich glaube, ich habe tatsächlich was gefunden, wo ich wohnen möchte Ich fasse es nicht Das funktioniert gar nicht Was soll denn der Müll? Jetzt muss ich mal gucken, wie ich da hinkomme Ich muss auch gucken, ob wir da hinkommen Die Flächen, die wir gerade aus der Ferne gesehen hatten Von der anderen Fläche, die mir so gut gefallen hat Oh Haha Ausgetrickst Spiel Ich stütze dich zu Tode mit dir Heute nicht So Noch Oh, jetzt muss ich mal gucken, dass ich da jetzt keine Nameless am Hals kriege So, ich muss nur mal kurz gucken, dass ich die Fläche Ich glaube, die da oben ist es, ne? Oder nicht? Ja, die ist es Müsste mal mal gucken Müsste mal mal gucken So Da hoch würde ich mich wohl fühlen Glaube ich Wenn da oben natürlich die bösartigsten Saurier der Welt sind, dann nicht, aber Überall so große Plattformen Wie komme ich da hoch? Der Baum sieht gut aus Oh, ich muss mal hinten auf den Baum hoch Oh, komm Letzend Ist das das Ding hier mit meinem Kassanla? Ja, ist es Cool Oh Ah, ja, ja Ich hoffe, ich habe den Boden unter mir Ja, okay, okay Ich weiß immer noch nicht, welchen Pilze ich gegen den Scheiß nehmen musste Das war irgendwie anders Ich hatte ja ein paar ausprobiert gehabt, aber irgendwie Hat das ja alles nicht so Ist das Blut, das da runterläuft? Okay, vielleicht ist das meine Halluzination, aber Das sieht gerade schon so ein bisschen blutig aus der Ecke Naja, wir gucken 60 Sekunden noch Diese Plattform wollte ich denn jetzt? Ist ein bisschen schwer, wenn ich so verschwommen sehe Oh, ob ich, wenn ich diesen Anzug an hätte, dann vielleicht einfach Auch vor Sporen sicher wäre? Oh Schon wieder zwei Level 81 Ja, die ganzen Explorations, die ich momentan finde Komm, gib mir mal Fortitude hoch Ah, Tauchausstattung Cool Chemiestation, okay Bronto Plattformsattel Ja, den fühle ich jetzt gerade auch nicht Sorry Spiel, aber den fühle ich gerade nicht Was ist die Plattform jetzt hier? Ich bin die Ecke gerade nicht, ich meine War das die da drüben? Das ist eine ruhige Ecke da hinten Da drüben die Ecke Das da wäre natürlich auch geil Oder warst du das mit Nee, das war die Obsidian Bin ich auf der Dich hinten? Bin ich sogar da, wo ich hin wollte? War nach sein Dass das besser geklappt hat als erwartet Das hat nur weniger Fläche als erwartet Nein, 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 nein Da links die Plattform, die würde ich nehmen Oh, mein Schwung ist raus, mein Schwung ist raus Nein Nein Okay Willkommen zurück im blauen Bio Unten, fußläufig Die Plattform war schick So Muss jetzt hochkommen wieder Oh, Baby-Ankle So, das hier scheint der richtige Weg zu sein Hallo, freundliche Rolleratte aus der Nachbarschaft Zumindest wechselt jetzt gerade wieder die Farbe in weniger blau Ah, ja Nameless My Humblebow Und so Ah, wahrscheinlich werde ich mir jetzt auch wieder Sporen einfangen. Muss ich mal ganz kurz gucken, welche, ob ich das jetzt immer auf die Schnelle erkenne. Aha, diese leuchtenden Blumenklein. Hä? Das ist Betrug. Werd' das jetzt überleben, aber geil ist das nicht. So, den Baum da drüben brauchte ich. Dann haben wir ein kleines Spiel einfach nochmal. Weil, warum nicht? Kurz ausdauert, okay. Mir hat die Fläche nämlich doch sehr gut gefallen. Ich glaube, ich bräuchte hier nicht mal eine Felsenplattform für die Ecke, die ich mir da jetzt rausgesucht hatte. Dann ist der rechts wieder hoch. Und dessen werde ich massiv unter diesen Spuren leiden. Da, da, da. Das da oben wäre schick, aber ich glaube, da kommen wir nicht. So, wir waren ja bei die Plattform, ist es nicht. Aber sagen Sie, ich gleich mal die Teleporter setzen muss, damit ich nicht sterbe. Und dann kommen wir nicht in die Verkürze. Ich glaube, es geht nicht immer noch. Und ich glaube, wir sind immer noch auf dem Block pastor Wood. Und dann kommen wir noch aus dem Sch penseten. Und dann kommen wir doch gut. Ich glaube, da reicht doch sonstkrenzige. Aber dann kann ich mal kurz auf. Abschuldigung. Ja ist kein Chubus, dass ich gleich beherbt. So, wir müssen noch mal etwas jetzt aus dem Gratрен Platz machen. So, ich glaube, also lege. Aber dann kommt Industriesanten. haben wir es bald bin ich denn lang gesprungen hier oben rum da hatte ich nicht einmal sporn abbekommen also war hier eigentlich relativ ist die da drüben du das ich habe sogar einen direkten zugang ein bisschen metall hier nochmal metall abgreifen auf jeden fall ist es hier relativ ruhig muss man direkter zugang damit ich den nicht zubaue da nicht du bist hier die richtung mit der besten aussicht ich platziere den teleporter einmal dann haben wir das auf jeden fall safe rename plattform akzept folgendes blöde idee gerade schön schön ist denn hier mein direkter zugang das war so groß hier hier schön hier kriege ich ja so meine Teechen alle unter oi hey okay nice so dann bubble large oh map wo wohne ich hier irgendwo wo irgendwas mit den irgendwas mit 240ern und das sind 240er ha 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 ach wollte ich umbenennen egal oh um alt akzept so das heißt wir können tatsächlich mal anfangen ein paar Sachen umzuräumen und Ordnung zu schaffen ich bin ja mal sehr fasziniert davon dass wir das hinkriegen also potenziell hinkriegen ganz noch nicht versprechen dass wir es auch wirklich hinschaffen äh bubble bubble 3 so ich müsste auf jeden Fall mhm Visual Storage da haben wir es da habe ich nur die Fiber Metal Stone Sedgewood mal ganz kurz gucken was wir da noch haben Barrel Smoker Barrel Smoker so Wasser und füßen der Blumen wie cool Meat Rack Meat Rack oh kann ich da mal Fleisch reinmachen? oh ich glaube das hält der da drin auch länger aber das finde ich gut lernen wir mal Latschbasket Perlen hier ich kann mal gucken ich kann mal gucken so achso die kommt schon klar oder? achso du bist doch passiv ja gut gut gutes Gespräch so einmal hier schön weiter studieren mit was können wir denn hier noch sinnvoll an Blaster Orbin für Crystal zum Beispiel könnte ich die gut gebrauchen Maulbox ja Leder Schätin Keratin Flint nehme ich Wall Rack für Heide also hier Leder Pelz Heide wuuu cool cool ich würde mal sagen ich brauche jetzt einfach mal ein Orbin da mache ich den für Kristalle so dann nehme ich haben wir dich hier du kannst dann schon mal mitkommen du kannst dann schon mal mitkommen dann klatsche ich natürlich gleich voll mit irgendwelchen Sachen ach Held ich habe hier oben schon einen Stromgenerator hingebaut warum betreibe ich denn warum betreibe ich den Fabrikator denn bitte noch mit äh Gas Gute Frage könnte ich mir jetzt selber auch nicht beantworten so sieben Level dann dann bist du jetzt Mr. Gam Gewicht haben wir noch Luft sehr schön gerne habe ich noch Green Ha Reds Ha und Pistol so dann Abmarsch müsste klappen so dann einmal hier achso du brauchst mir nicht mehr voll genug im Übrigen ach warte doch er ist auf Crystal eingestellt perfekt oh ich dachte ich krieg die Gems auch noch mit rein und oh oh was brauche ich denn für die Gems Dropbox Schiff kreat äh ich glaube es gibt keinen für Edelsteine ich war echt sehr überzeugt dass ich das bei mit den Kristallen mit reinpacken könnte Maxine Dropbox ne ok oh ist das fies oh muss ich für die echten Schrank nehmen oder es wird nicht angezeigt das kann auch sein ok ok also das hier her umziehen hat jetzt deutlich schlechter funktioniert als ich auch gerade so ich würde mal sagen mein Parathair darf bitte da hingehen ohne abzuspürzen bitte es ist hier schön ruhig das ist gerade ganz angenehm keine Gegner ich habe Fläche super hast du das super Parathair wuhu ich glaube an dich nice gut ich hoffe dass das jetzt aber nicht so passiert wie auch bei Scorched Earth dass mir die Saurier irgendwann einfach mal durch den Boden fallen weil ich so erhöht bin das ist ja auf Scorched Earth auf den Canyon Spitzen das Bild hat ja oben passiert dass die einfach durch den Boden durchgeglitscht sind also also daumen drücken dass das nicht so ist daumen drücken dass das nicht so ist falls es so ist werde ich tierisch angepisst sein glaub mal super hast du richtig gut gemacht Parathair yeah ja ohm alt da müssen wir mal gucken wie wir uns denn hier einrichten aber da können wir vielleicht demnächst mal ein bisschen Ruhe einkommen lassen bevor wir mit dem Schutzanzug einmal runter gehen im besten Fall kriege ich natürlich alles rüber transportiert wenn ich hier einfach alle meine Saurier zumülle müsste das ja vielleicht sogar tatsächlich klappen wir werden sehen vielen Dank fürs zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschüss und bis zum nächsten Mal komm 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 komm